Schlitze sind da, aber keine Totz-Spieler, komm. Ronaldo, Messi, kann man alle ziehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Was? Nein. Nein. Was? Alter, Marcel, das gönne ich dir so hart, man. Marcel, ich gönne dir das gerade so hart. Oh mein Gott, Marcel, ich gönne dir das gerade so hart, Alter. Ich mach die Musik aus, sonst ist das dann, Alter. Marcel, ich gönne dir das gerade so hart. Marcel, ich gönne dir das von ganzem Herzen. Kommt hier in den Stream. Donated insgesamt sicher 10 Euro. Schreibt, dass er einen Account hat für uns. 24.000 FIFA Points hat er drauf. 24.000 FIFA Points hat er drauf. Sagt, wir können die ganz easy ziehen. Er lässt sie uns ziehen. Und jetzt ziehen wir ihm Christiano, motherfucking Ronaldo. So. Und jetzt soll nochmal einer sagen, dass wenn man Gutes tut, dass dann nichts Gutes zurückkommt. Natürlich, Alter. Er tut was Gutes. Wir bringen ihm was Gutes zurück. So einen ganz gediegenen Christiano, motherfucking Ronaldo. Und ich sag's vor dem Pack noch. Ich sag noch, ja, Messi oder Ronaldo kann man trotzdem ziehen. Ja, klar kann man die ziehen. Und natürlich ziehen wir den jetzt endlich mal, Alter. Was? Scheiße, Mann. Gaming Bros. Danke fürs Abo. Boah. Was? Was? Wir ziehen einfach Christiano Ronaldo. Jungs, was ist das für ein Stream, Alter.